Wasser oder so. Einmal Holo. Nee! Ich bin noch etwas verwirrt. Wie gesagt, ich könnte mir natürlich mein Büchlein holen. Aber ich bin da irgendwie zu faul für. Haben wir auch noch ein Item? Nee, hier ist aber eine Tür. Das ist eine sehr gruselige Musik. Aber ich bin schon mal ganz froh, dass es hier keine Zufallskämpfe gibt. Ha! Hat sich doch gelohnt, hier die Dinge anzuquatschen. Okay, dann sind wir hier fertig. Müssen wir weiter runter. Ich wollte gerade sagen, was ist mit der Musik los? Der Boss sagt, das Silphscope macht Geister sichtbar. Das Silphscope. Hast du etwa so eins? Oh, der hat fünf Pokémon. Ein Zubat. Aber der will 17. Ist das gut? Oh, mir ist kalt. Ich habe mich schon zugedeckt. Aber irgendwie ist mir immer noch kalt. Das sind aber 18 Grad hier. Ein Smogon. Nö. Christoph, bleib mal draußen. Und ich sehe da drüben, gibt es ein lustiges Ratespiel oder sowas. Also nicht Ratespiel, jetzt bin ich vergiftet oder was? Ja, toll. Irgendwie so ein Rätsel ist da. Christoph, reicht der Wild. 27. Ein Slimer. Ich habe keine Wasser-Pokémon. Aber woher auch? Ich kann mir ja nur ein Kaperdorf fangen. So, was hast du jetzt raus? Nochmal ein Zubat. Ja, komm, wechseln wir mal auf Lars. Flug gegen Flug. Ach, blöd, jetzt ist Lars verwirrt. Du wirst dich vor Verwirrung selbst verletzen. Natürlich. Was auch sonst. Du bist immer noch verwirrt und tut sich nochmal selbst verletzt. Natürlich. Warum spiele ich überhaupt noch, wenn ich alles weiß? Ja, natürlich weiß ich alles. Ich weiß noch nicht mal, welche Attacken für welche Pokémon-Arten gut sind. Ich muss mal gerade hier mein Ärmel aufmachen, weil mein... Ah. Ah. Mein Arm juckt. Und jetzt kriege ich ihn nicht kratzen. Ah, so. Nicht kratzen, waschen. Ja, ja. Äh, nein. Windstoß wollte ich machen, genau. Hm. Hm. Oh, Mann. Ja. Mach doch mal einen guten Schlag, genau. Genau. Ich ergebe mich. So, hast du noch irgendwas? Das Team Rocket Hauptquartier hat vier untergeschossen. Oh, Gott. Vier untergeschossen. Du findest den Boss niemals. Okay, hier haben wir das lustige Rätsel. Okay. Okay. Äh, wie viel hat der denn noch? Okay, der hat noch recht viel. Habe ich ein Gegengift? Nö. Gut. Ein Nugget! Kann ich mir 5000 verkaufen? Yay! Okay. Musik macht sich besser, ey. Musik macht sich besser, ey. Ich glaube, ich mache mich hier eigentlich ganz gut, oder? Das war jetzt extra, aber ich will noch nach links. Ich will gucken, was da ist. Oh, da ist noch ein Item. Oh. Okay, dann muss ich hier rechts lang. Ein super Trank. Gut. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles. So. 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 So, wie kam ich jetzt? Ach, genau. Jetzt hier oben lang. Das ist doch wohl gesiegt. Das ging doch mal easy. So. Treppe hoch. Oder dadurch den Ausgang eingegangen. Ich komme mal Treppe hoch. Nicht, dass ich dann nicht wieder... Was hast du hier verloren? Ist das schon der Boss? Das wäre es ja. Aber nee, ich glaube, der sieht anders aus. Ein Ratspratz. Zeugs habe ich hier rumliegen. Und zwar so Karamellwaffel-Dinger. Die knistern hier rum, weil ich da irgendwie so halb mit der Decke immer dran komme, wenn ich mich bewege. Und das stört mich etwas. Übrigens auch aus Holland. Nicht die Decke, sondern das Karamell-Gedöns. So, ich muss auch wieder mal irgendwann nach Holland. Weil es ist eigentlich so ziemlich alles aufgebraucht, was wir uns da gekauft haben. Und dann werden wir wahrscheinlich... Also höchstwahrscheinlich wieder an den Meckers vorbeifahren und uns da ein Chicken Sensation holen. Der ist nämlich sehr lecker. Ist hier irgendwie was besser? So Ruck-Zuck-Keep oder so? Noch ein Radikal. Versuchen wir es nochmal mit Ruck-Zuck-Keep. Vielleicht zeigt er ja richtig gut. Das kämpft, bis er tot ist. Oh, Level 27. Sehr schön. Noch ein Ratzfratz. Ein Ratzfratz. Ich mag, ich sag immer Ratzfratz. Das hat doch schon besser was gezogen. Aber jetzt bin ich tot. Ne, doch nicht. Sehr schön. Yay. Das kann nicht sein. Oh. Den hab ich ja nicht schon gesehen. Alle haben ein Riegel. Zwei. Ein Pikachu und ein Ash. Oder eine Jule. Wie man das auch immer nennen möchte. Drei Stück. Ein Slimer. Und da weiß ich immer noch nicht, was da gut für ist. Aufsetzer für was? Ein Stoß. Toll. Dann haben wir Ruck-Zuck-Keep. Wir wollen übrigens morgen grillen. Hab ich richtig Bock drauf. Ich hab mir auch heute... Ich wollte eigentlich zuerst zum Edeka fahren. Mir da was holen. Weil die haben immer so gut gewürztes Fleisch irgendwie. Das ist in so einer grünen Verpackung. Ähm. Allerdings. Hab ich mir gedacht, hm. Ich muss noch zum Lidl. Und der Lidl ist halt nicht in der Stadt. Der Edeka ist in der Stadt. Und ist halt weiter weg. Da hab ich mir gedacht, komm. Gehst du erstmal zum Lidl und guckst mal, was die da haben. Und da hab ich mir jetzt so... Irgendwie so ein Hähnchen-Innen-Filet. Äh. Wie heißt das? Ja, Hähnchen-Innen-Filet. Irgendwie gewürzt gekauft. Und noch so einen komischen Käse. Hirtenkäse mit Chili. Döns. Sah auf jeden Fall sehr lecker aus. Hab ich mir auch noch geholt. Und dann bin ich mal gespannt, wie das morgen so schmeckt. Meine Eltern wollen Fisch machen. Aber ich steh nicht so auf Fisch. Ja. Ich weiß auch nicht, ob... Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt hab. Oh, Shender Reichslevel 29. Ähm. Aber... Mein Onkel... Wir haben da auch mal Fisch gegrillt. Oder was heißt das? Nee, es war nicht gegrillt. Es war, glaub ich, geräuchert. Oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das so ein Doppelgrill irgendwie. Auf die einen Seite wurden irgendwie so komische Holzspäne gemacht. Und dann ist das irgendwie so da durchgezogen. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Als das dann fertig war, haben die mir noch ein Würstchen da drauf gebraten. Und das Würstchen hat so ekelhaft nach Fisch geschmeckt. Das war nicht schön, jo. Oh, ein Item. Hypertrank. Okay, das war's hier. Das ist nice. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Hier, hier braucht man einen Schlüssel. Hab ich nicht. Na gut. Vielleicht find ich den ja noch. So, auf jeden Fall sind wir hier fertig. Das bedeutet, ich möchte nicht nach unten, ich möchte erst nach oben. Äh, was soll ich mit dem Pokémon aufladen? Und Items verballern. Ja, wieder fit. Ja, bin. Ach ja. Da war ich jetzt zu früh, ja. Ich hab nicht mitgezählt und ich hab auch nicht hingeguckt. Ich hab in der Weltgeschichte rumgeguckt. So. Was tun wir denn? Der Mondstein. TM7. Maaf. Dann bin ich mit der Welt. Ich bin mit der Welt. Ja.